An der Felden-Leogang gefallen mir eigentlich die Steinberge am besten, weil die sind schon wirklich gewaltig und da ist der Name Programm. Für mich war der schönste Moment an sich der imposante Aufstieg hier hoch zum Riemannhaus. Unten aus der grasigen Hügellandschaft ist man eigentlich in kürzester Zeit in einer ganz imposanten Berglandschaft aufgestiegen zu einer tollen Hütte. Normalerweise fahre ich ja ohne Motor, aber mit dem E-Bike sind wir super fix den Berg hochgekommen, auch steile Passagen, die normalerweise ein absoluter Kraftakt sind, ging ratzfatz und erstaunlicherweise ging das E-Bike auf dem Trail auch sehr gut, also es war sehr wendig und konnte auch ein bisschen springen, das war schon nett. Wenn ich Saalfelden mit drei Worten beschreiben müsste, facettenreich, imposant und erholsam. Wir sind Thorsten und Marius von den Westmountain Artists und gemeinsam entdecken wir das Salzburger Land.